Das Bild der weißen Styroporboxen auf Fischerbooten gehört bald der Vergangenheit an. Im Golf von Neapel haben sich die Gemeinden von Pozzoli und der Insel Procida im Kampf gegen die Meeresverschmutzung zusammengeschlossen. Dank europäischer Gelder werden tausende Fischtransportboxen gekauft, um die Styroporkisten zu ersetzen. Polystyrol ist einer der Hauptverursacher für die Verschmutzung des Mittelmeers durch Mikroplastik. Anders als die Styroporkisten sind die neuen Kisten nach dem Waschen und Desinfizieren wiederverwendbar. Die Peskatori di Pozzoli dimostrano che è possibile coniugare l'attenzione al lavoro con il rispetto dell'ambiente. Un piccolo cambiamento può significare molto per la salute del mare in cui lavorano. Tutte le azioni che potranno essere in campo dal punto di vista ambientale, migliorament ambientale, loro sono a fianco dell'administrazione, naturalmente loro la colgono anche in maniera positiva questa cosa. Perché migliorare l'ambiente significa migliorare la propria attività. Plastik macht 95 Prozent des Mülls im Mittelmeer aus, dem sechstgrößten Gebiet für Plastikverschmutzung in der Welt. Die Fischer wissen, wie wichtig der Schutz der Umwelt ist, in der sie arbeiten und leben.